Böker macht nicht nur Messer, sondern die machen auch eine Feldschaufel M1874, was auch immer das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Wir wollen uns anschauen, was dieses Teil kann und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rani Rossmann, schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Schaufel original ausgepackt, habe noch nichts damit gemacht. So schaut die aus. Ich meine, ich bin ja ein Anhänger von der Cold Steel Spätznass Schaufel, gebe ich der billige Eigenwerbung natürlich den Link in unseren Shop. Und die hier ist neu. Was mich gleich beim Aufmachen irritiert hat, ist, da ist so eine Gürtelschlaufe. Das heißt, es wird um den Spaten, die Schaufel, wie auch immer, den Stil sozusagen rumgewickelt und kommt dann da in so eine Gürtelfunktion rein. Ja, okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, ich bin total ungebildet, was das betrifft. Gibt es da irgendein Vorbild? Ist das irgendeine Militärschaufel wahrscheinlich? Weil M, Militär, 1874, was die 1874 eingeführt worden ist als Feldspatenschaufel. Ich habe keine Ahnung, wenn du das aber wissen tust, dann schreib mal gerne einen Kommentar. Ja, und da leuchtet mich. Das Ding scheint einmal sehr, sehr gut und solide verarbeitet zu sein. Was ich schon sagen muss, ist, der Stil ist von zwei Seiten mit Stahl umgeben. Dann ist hier noch einmal ein Ring, auch der ist vernietet. Vorne schaut alles vernietet aus. Die ist irgendwie massiver gebaut als meine gute alte Spätzner Schaufel. Es tut mir leid, dass ich auf die stehe, ist ja egal. Aber wir werden schauen, ob diese M1874 Böker Schaufel auch wirklich graben kann. Also was mir gleich einmal auffällt, ist, das Schaufelblatt ist einfach größer. Während bei Spätzner Spaten, das irgendwie so herzförmig abfällt, ist da einfach viel mehr dran. Dadurch ist die Schaufel aber, das muss man gleich dazu sagen. Hey, ich bin hier in Buschkräftarraler Faltöller Partee und das da, das ist mein Pfeilfang. Da habe ich mit einem Steambo Pfeil geschossen, der jetzt übrigens hinüber ist. Aber ich habe ihn wieder gefunden. Hurra. Gut, zurück zum Thema. Ich meine, wenn dir das interessiert, gebe ich da natürlich auch den Link zu den Produkten und Armbust und sowieso oben bei mir klicken, wenn dir das interessiert. Gut, zurück zur Schaufel. Oder ist das jetzt der Spaten? Kann man da auch irgendjemand schreiben, was da der Unterschied ist? Naja, sei's drum. Sie hat auch viel Hack-und-Hau-Möglichkeit. Also das ist... Das fäzt ganz schön. Gut, wie gesagt, sie ist halt auch etwas schwerer als der Spätzner Spaten. Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber das fäzt ganz schön. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich brauchbar. Ich werde den Pfeil jetzt wegwerfen da, aber nicht wegwerfen. Ich nehme ihn dann nachher mit, wenn ich will ja nicht meinen Platz hier vertrecken. So. Das sind Steine drunter. Ja, aber... Das zieht richtig. Also, ich werde jetzt meine Handschuhe ausziehen, weil ich will die nicht allzu dreckig machen. Aber das macht so richtig schöne Ziegel. Du kannst richtig schöne Ziegel ausstechen damit. Das liegt mutmaßig daran, dass der Spaten eben nicht so rund ist, sondern gerade. Also, das ist beim Stechen einfach netter. Also, ich gebe zu, ich bin da total ungebildet. Ich weiß es wirklich nicht. Was hat es mit diesem M1874 auf sich? Hat das irgendeine besondere Bedeutung? Dann schreiben wir das bitte. Was ich dir aber sagen kann ist, dass ich natürlich, dass das eher schaufelmäßig ist. Ich meine, was ist der Unterschied zwischen einer Schaufel und einem Spaten? Aber das Ding gibt halt einfach mehr. Das heißt, das klingt so eigenartig. Das ist jetzt Schaufologie. Das ist Schaufologie in der eigenen Wissenschaft. Nein, ernsthaft. Der Spaten von Spätznaß zum Beispiel. Oder anderer Spaten. Der halt so... Ich muss schauen, ob ich dann nachher wo einen finde, damit ich dir das zeigen kann. Der nimmt einfach nicht so viel Material auf. Also, mir kommt vor, dass das Ausschaufeln hier jetzt einfacher geht. Deutlich einfacher. Dadurch ist es schwerer. Habe ich schon ein Million Mal gesagt. Was mir aber auffällt, ist, dass er schwieriger ins Erdreich eindringt. Also, das ist am Anfang mit mehr Kraft aufwand verbunden. Also, das ist das schon. Ich weiß noch nicht, was besser ist. Aber stabilitätsmäßig und jetzt auch von Kraft, die ich aufbringen kann, ist das sauber. Ich meine, ich habe keine Langzeiterfahrung. Werden wir sammeln. Bei den nächsten Trainings, Survival-Trainings und Bushcraft-Outdoor-Trainings werden wir nicht den Spätznaßspaten nehmen. Sondern die Böker Military Schaufel M1874. Billige Eigenwerbung. Ich werde dir den Link geben, wo du das Teil bekommen kannst. Ich überlege auch, ob wir das in den Shop aufnehmen. Ich weiß nicht zurecht. Wir entwickeln uns halt ein bisschen um. Wir produzieren halt jetzt eigene Produkte wie Scheiden, Messer. Ja, und viele andere Geschichten. Aber das ist billig eigentlich. Aber egal. Aber cool ist es schon. Cool ist es schon. Wir wollen was hacken. Nein, wir wollen hacken, 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 hacken. Hacken! Bevor wir jetzt hacken, ich habe jetzt hier so einen Spätznaßspaten im Vergleich. Also, ich glaube, du siehst es. Das ist eine Titanausführung übrigens. Aber egal. Diese Schaufel, diese Böker Schaufel hat einfach mehr Blattgröße. Und das wirkt sich natürlich auch beim Graben positiv aus. So, hacken! Wir haben hier ein Stück Holz. Ein unangenehmes Stück Holz, wie ich meine. Und wir wollen ganz einfach einmal schauen, ob das hackt. Ja, das tut. Auf der Seite ist ja angeschliffen, so wie wir das auch beim Spätznaßspaten haben. Hey, aber das finde ich super jetzt. Das hat so Spaß gemacht. Das will ich hier noch einmal probieren. Das ist durchgegangen wie Butter. Was halt mit dem Hacken passiert, ist, dass diese schwarze Beschichtung, die da drauf ist, runter geht. Und, ähm, also, es ist schwer zu sagen, wie sich dieser Stahl auf Dauer verhält. Ich mutmaße, dass das ähnlich wie beim Spätznaßspaten ist. Dass du dann nach einiger Zeit das mal abziehen musst. Weil es, ja, der Anschliff natürlich sich verbiegt und, 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 und abwetzt. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass das nicht geht. Ganz im Gegenteil. Also, ich bin vom Hacken positiv überrascht. Das heißt, so multifunktional. Ja, also, bis jetzt sitzt alles. Ja, sitzt alles, so wie es sein soll. Ich werde es in den Langzeittest nehmen. Also, ich, 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 wie gesagt, ich weiß nicht, wie das sich auf Dauer auswirkt. Aber, ja. Ja. Und was ich halt cool finde, ist, dass im Standardlieferumfang so eine Scheide mit dabei ist. So, genau. So mal rumwickeln. Und dann, ja, wie ein Gürtel einschlafen. Wie lange das haltbar ist, ich weiß es nicht. Sicher halten. Ja. Schaut zumindest so aus. Es ist ein bisschen fummelig. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, man braucht, ja, extrem hohe feinmotorische Fähigkeiten. Das auch wieder nicht, ja. Also, ich habe es sogar mit den Handschuhen zusammengebracht. Und dann gibt es da oben zwei Schlaufen. Ich weiß nicht. Ich gehört, dass da drauf hängt irgendwo auf einen Rucksack. Eine Gürtelschlaufe ist nicht drauf. Ich weiß es nicht, ja. Ich weiß es nicht. Ist einfach so. Aber es ist im Lieferumfang dabei. Denn das ist beim Spätznersparten von Cold Steel nicht der Fall. Da gibt es einen Zusatz. Den es natürlich auch bei uns gibt. Da kannst du es an einem Gürtel hängen. Was ich persönlich nicht so cool finde. Aber es sei es drum. Ja, also den ersten Test hat sie jetzt mal bestanden. Wir werden sie in den Langzeittest nehmen. Und ich werde dann hier am Kanal berichten. Daher Abo da lassen. Daumen nach oben. Und dann werden wir ganz einfach sehen, was es mit dieser Schaufel auf sich hat. Ich werde dir den Link zu dem Produkt geben, wo du das bekommen kannst. Ich gebe dir natürlich auch den Link zu meinen Produkten, die wir herstellen. Zum Beispiel für Glock-Feldmesser. Ja, Feuerstahlhalterungen. Aber auch Universal-Feuerstahlhalterungen für Kaidex. Feuerzeuge und Lampen. Ganz viel wie immer. Dein Rani Rossmann. Bis dann. Und ciao, ciao.